Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Montagmorgen, zehn Minuten nach sechs. Heute morgen fahre ich erstmal hoch nach Sembach, Heuberg, bei den Amis. Lade unseren R938 und der geht rüber nach Worms. Dann könnte ich vielleicht sogar vorwärts rein. Dann kann ich vorwärts rein und kann rückwärts daneben dran stoßen. Ach ja, Guck dir das an. Die Frage, ob ich hier wieder vorwärts rauskomme. Da haben wir wieder Staub drin in der Bude. Irgendeiner pfeift. Oh, ich muss mal wieder links, ne? Ich muss mal wieder links. Oh, ich muss mal wieder drücken. Oh, ich muss mal wieder drücken. Da gibt es noch eine kleine Planehinterung. Ich lade jetzt direkt zu dem Brecher. Der Bagger fährt hier nach Mainz. Da fährt mein Kollege. Der ist auch gerade hier am Laden. Oh, ich muss mal wieder drücken. 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 So. Sollte Vielen Dank. 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 , Ich seh grad nichts mehr, nach jetzt. Mein Gas ist lauter leer, jetzt haben wir 9.50 Uhr, ich bin schon wieder auf dem Neuberg in Sembach oben. So, hier steht die Walze, nimm's doch auf, nehm ich an, genau. Die lade ich jetzt wieder auf. I can see the sky, see the sky See the sky See the sky Was?